Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein paar Neuheiten für euch austesten. Darunter sind Drogerie-Neuheiten, aber auch so ein paar Indie-Brand-Neuheiten, hätte ich jetzt gesagt, weil sie eben nicht zu High-End zählen, aber auch nicht zu Drogerie oder Mittelpreis-Neuheiten, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich teste heute auf jeden Fall ein paar Neuheiten für euch und bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Produkte so funktionieren werden. Ich würde sagen, ich starte jetzt auch gleich mal, weil ich heute echt ein bisschen rough aussehe. Also das tägliche Maske tragen auf der Arbeit setzt mir wieder ziemlich zu. Ihr seht, ich habe ein paar Pickel bekommen, was ich eigentlich sonst vor der Maskenzeit nicht hatte. Da hatte ich eigentlich fast nie Pickel, außer wenn ich meine Tage hatte, aber ansonsten nie. Und dank dem Maske tragen habe ich jetzt aber so schöne Freunde in meinem Gesicht. Deshalb machen wir jetzt auch schnell Foundation drauf, damit das alles wieder ein bisschen schöner aussieht. Und ich hatte mir die neue Morphe Foundation bestellt, die Filter Effect Soft Focus Foundation in der Farbe Filter Light 1. Die hatte ich schon länger im Auge, weil in Amerika ist sie eben schon ein bisschen länger draußen. Zu uns kam sie jetzt aber erst relativ neu. Und ich freue mich unglaublich, sie auszutesten, weil die Videos, die ich eben aus Amerika gesehen habe oder auch die Bilder mit der Foundation mich sehr, sehr überzeugt haben. Und ich bin unglaublich gespannt, wie die Foundation so funktionieren wird. Sie hat eine Medium to Full Coverage. Und ich bin wirklich unglaublich gespannt. Ich hatte mir dazu auch das Schwämmchen bestellt. Das werde ich aber heute nicht testen, weil ich das eben mit meinem Schwamm einarbeiten will, um zu gucken, ob das auch wirklich gut funktioniert. Und den Pinsel hatte ich mir bestellt. Den werde ich allerdings mal ausprobieren, um so die Foundation am Anfang eben zu verteilen. Und dann werde ich sie mit dem Schwämmchen eben noch weiter einblenden. Gut, lang genug drumrum gequasselt. Ich starte jetzt einfach mal und gebe mir mal ein bisschen was von der Foundation auf. Beim ersten Mal benutzen, finde ich, dauert es immer ewig, bis mein Produkt rauskommt. So, top. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie viel Foundation ich brauche. Ich gebe jetzt einfach mal die Menge auf, die ich mir sonst auch so am Anfang aufs Gesicht aufgebe und verteile das mal mit dem Pinsel. Ich fand den Pinsel halt sehr, sehr interessant, weil der so ein bisschen abgeschrägt ist vorne auch. Ich weiß nicht, ja, so sieht man es. Und ich bin eigentlich kein Pinselbenutzer, was Foundation angeht, aber ich fand der sah einfach interessant aus. Deshalb verteile ich mir das jetzt auf der Seite hier mal mit dem Pinsel und auf der anderen mache ich das gleich mit dem Schwämmchen. Einfach damit wir auch sehen, ob das gut funktioniert. Die Farbe, finde ich, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber mir ist sie noch nicht full coverage genug. Ich habe halt wie immer die hellste Farbe natürlich mir bestellt, weil ich eben sehr hell bin. Okay, mit dem Pinsel verteilen ist in Ordnung, aber ich bin einfach irgendwie eher so ein Schwämmchen-Freund, muss ich ehrlich sagen. Deshalb machen wir das jetzt hier mit dem Schwämmchen weiter. Gut, jetzt für den Anfang. Ich finde, es ist keine Medium Coverage. Also, ich meine, ihr habt gesehen, ich habe schon einiges an Produkt hier drauf gegeben, aber irgendwie Medium to Full Coverage sehe ich da jetzt noch nicht so ganz. Da deckt meine L'Oreal Perfect Match meine Pickelchen besser ab, muss ich ehrlich sagen. Ja, man sieht sie immer noch durch. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wo das Full Coverage sein soll, aber okay. Ich habe die Foundation jetzt auch noch auf der Stirn aufgetragen und hier noch versucht, so ein bisschen aufzubauen, aber es funktioniert nicht wirklich. Ist für mich jetzt keine Medium to Full Coverage. Ich hätte jetzt als leichte bis Medium Deckkraft, gut, Medium stimme ich mal zu, ist okay, aber es ist keine Full Coverage, weil bei einer Full Coverage würdet ihr meine Pickelchen nicht mehr durchsehen. Ich finde sie in Ordnung. Sie hat sich auch gut ausblenden lassen, muss ich sagen. Nur irgendwie habe ich so ein leichtes Prickeln auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich irgendwas, was in dieser Foundation ist, nicht ganz so vertrage oder ob meine Haut einfach heute besonders sensibel ist. Aber irgendwie prickelt es so ein bisschen auf meiner Haut. Also es fühlt sich nicht so an wie ansonsten, wenn ich Foundation auftrage. Deshalb, ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass ich die auf jeden Fall aussortieren werde, weil ich das einfach nicht riskieren will, dass ich nachher irgendwie auf die Foundation reagiere. Ich lasse jetzt für das Video drauf, aber werde sie danach auf jeden Fall gleich aussortieren. Also schade. Ich hatte mich so unglaublich darauf gefreut und war voll hyped, muss ich ehrlich sagen. Aber sie erfüllt einfach meine Erwartungen nicht. Ich erwarte, dass eine Foundation meine Pickelchen abdeckt. Das macht meine L'Oreal True Match besser als diese hier. Und die claimt nicht, dass sie Full Coverage ist. Und wie gesagt, ich habe so ein leichtes Prickeln irgendwie auf der Haut. Also irgendwas vertrage ich hier einfach nicht. Also die ist für mich auf jeden Fall keine Empfehlung. Den Pimpel fand ich jetzt auch nicht besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Ich werde den nochmal mit einer Foundation probieren, die bei mir gut funktioniert. Aber ich bin einfach eher ein Freund von Foundation mit dem Schwämmchen auftragen. Muss ich ehrlich gestehen. Gut, machen wir weiter. Ich habe mir Concealer aufgetragen, den gesettet, meine Augenbrauen schon mal gemacht und ein bisschen Lipgloss aufgetragen. Und jetzt kommen wir zu einem Kontur-Bronze-Produkt sozusagen. Und zwar ist das ein Blush von Made by Mitchell. Ja, Blush, weil es halt wie so ein Blush eigentlich ist, was in dieser Formular kommt. Aber er hat eben ganz neu auch so Kontur-Bronze-Produkte damit rausgebracht. Ich habe die Farbe Holo Dare, was eher so ein heller, kühler, stichiger Ton ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich benutze meistens, wenn ich noch konturiere, eher Puder-Produkte. Also ich bin nicht so der Fan von Creme-Produkten, was das angeht. Ich liebe zwar von NYX und auch von Fenty diesen Kontur-Stick, aber meistens gehe ich dann doch halt eher so in Puder-Produkte, weil es halt einfach zu verarbeiten ist. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, wie der jetzt so funktionieren wird. Und wir testen es jetzt einfach mal. Ich würde mir jetzt mal so vier Pünktchen hier aufgeben, weil ich jetzt nicht weiß, wie gut der pigmentiert ist. Und versuche das jetzt einfach mal mit dem Schwämmchen so ein bisschen auszublenden. Okay, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Produkte. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig am Anfang bei so Creme-Produkten, weil es eben auch welche gibt, die extrem pigmentiert sind und man dann halt gleich so einen Balken im Gesicht hat. Deshalb immer lieber erst mal ein bisschen weniger und dann könnt ihr immer noch aufbauen oder halt mehr Produkt draufgeben, wenn es euch nicht genug ist. Aber sieht doch schon mal ganz schön aus, finde ich. Also man sieht schon einen Unterschied. Ich nehme aber noch mal ein bisschen und gebe mal hier ein bisschen mehr auf. Es ist nicht negativ, dass es nicht gleich so extrem pigmentiert ist, sondern ich finde es eher positiv, muss ich ehrlich sagen. Falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich es lieber mag, wenn Produkte nicht so extrem pigmentiert sind am Anfang, sondern eben ein bisschen leichter, weil es halt meistens dann so ist, dass sie sich besser verblenden lassen. Als wenn ihr gleich so eine extreme Pigmentierung habt und dann erst mal Mühe habt, es auszublenden. Deshalb ist dieser Weg mir auf jeden Fall lieber. Das ist also ein Pluspunkt für mich, dass es nicht so extrem pigmentiert ist. Ihr seht aber auch, dass es sich unglaublich einfach ausblenden lässt. Und man sieht schon was, würde ich jetzt sagen. Ja. Man sieht auf jeden Fall was. Doch, also das gefällt mir schon mal gut. Wie gesagt, ich bin, wenn ich Creme-Produkte benutze, eigentlich meistens eher so in Stickform, weil ich es halt einfacher finde zum Aufgeben. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Erstmal wieder so. Und dann sehen wir ja, ob wir nochmal was brauchen oder nicht. Aber ich glaube, das langt fast schon. Also die lassen sich wirklich sehr, sehr toll ausblenden. Habe absolut keine Probleme damit. Im Sommer mag ich auch sehr, sehr gerne Creme-Produkte. Wenn man halt einen Tinted Moisturizer draufgibt und dann einfach so ein bisschen Creme-Brosser, Creme-Blush und ein Highlight und dann ist eigentlich der Look schon perfekt. Klar müsst ihr das dann setten, weil ansonsten, falls ihr ölige Haut habt, läuft euch das sonst so hin. Bei meiner trockenen Haut habe ich da eher keine Probleme. Aber der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ein wirklich schönes Produkt. Ich muss mal gucken, ob ich da die Blushes davon auch nur austeste, weil das hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, ich habe mir damals keinen bestellt, weil ich die Farben nicht so gut fand oder weil es halt so extreme Farben waren. Aber ich muss nochmal schauen. Aber so, wirklich ein schönes Produkt. Ich swatche es euch jetzt einfach nochmal kurz auf der Hand, damit ihr das nochmal ein bisschen besser vielleicht seht, ob das die Farbe für euch ist. Also ihr seht, relativ hell, aber mit einem kühleren Unterton. Ich sage es nochmal, das ist die Farbe Holodern. Also falls ihr vom Hautton her so seid wie ich, müsste das auf jeden Fall gut für euch funktionieren. Also gefällt mir sehr, sehr gut, wirklich. Und dann machen wir auch gleich weiter mit einem anderen Creme-Produkt, was ich auch bei Purish bestellt hatte, so wie den Creme-Kontur, Creme-Bronzer, was auch immer. Und zwar hat Dominique Cosmetics Creme Blushes rausgebracht. Ich habe die Farbe Warm Peach. Der sieht so aus. Auf jeden Fall absolut meins. Und den würde ich jetzt einfach mal mit einem kleinen Stippling-Brush aufnehmen und mir hier mal hinsetzen. Ich finde es witzig, dass jetzt so viele gerade Creme-Produkte rausbringen. Eine Zeit lang war das ja mal so gar nicht in und mittlerweile, finde ich, kommt es aber immer mehr. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan eher von Puder-Produkten, aber ich teste natürlich auch immer gerne neue Creme-Produkte aus, weil es da eben auch welche gibt, die ich sehr, sehr gerne mag. Und der ist auf jeden Fall gut pigmentiert. Jetzt nicht zu doll, wie eben der Bronzer auch, aber trotzdem gut pigmentiert. Also so, dass ihr nicht 500 Mal rein müsst, um Farbe auf die Wange zu kriegen, sondern ihr kriegt es auch so. Ich blende das dann alles nochmal ein bisschen mit meinem Schwämmchen aus. Ich trage das gerne, wenn ihr eben so ein Produkt habt und nicht eins, wo schon ein Applikator dran ist, trage ich es gerne mit einem Stippling-Brush so ein bisschen auf und blende das dann mit meinem Schwämmchen nochmal aus. Ich finde, dann ist es einfacher. Aber mit meinem Schwämmchen will ich jetzt nicht unbedingt da rein. Das finde ich irgendwie ein bisschen unhygienisch, weil ich mit dem ja auch schon den Concealer aufgetragen habe und jetzt den Bronzer verblendet. Also ich finde, ist es hygienischer, wenn man einfach mit so einem frischen Pinsel da ein bisschen reingeht. Ich mache hier nochmal ein bisschen was und dann halt einfach mit dem Schwämmchen nochmal ausblendet. Cool! Doch, gefällt mir sehr gut. Ihr habt echt so einen Wash of Color auf den Wangen. Ich meine, ihr könnt es auf jeden Fall auch aufbauen. Also falls ihr da mehr Pigment wollt, kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Aber ihr könnt es auch wie so einen leichten Wash of Color drauf haben, so wie ich es eben gerne habe. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Blush. Eine tolle Textur, muss ich sagen. Und falls ihr einen schönen Creme Blush sucht, finde ich den auf jeden Fall cool. Ich meine, sie hat drei verschiedene Farben rausgebracht. Ich bin natürlich auf die Peach Farbe gegangen. Wie sollte es auch anders sein? Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss sagen, alles, was ich von Dominique Cosmetics bis jetzt getestet habe, hat für mich super funktioniert. Und ich finde, sie bringt auch wirklich coole Sachen immer raus. Kommen wir dann zum letzten Produkt. Ich habe mir jetzt kurz mit der Tarte Clay Play Palette so zwei Brauntöne in die Lidfalte gegeben, weil ich jetzt Duo-Chrome-Lidschatten von Essence austesten möchte. Die gebe ich mir eben über das Lid. Das hat eine kleine Base. Und zwar habe ich die im dm-Online-Shop gefunden. Ich meine, es gab fünf oder sechs verschiedene Farben und ich habe mir eben die drei rausgesucht, die ich am spannendsten fand. Und zwar einmal die Farbe Oh My Chrome 01. Der ist so ein bisschen blau-lila mäßig. Dann die Farbe 04 Chrome Over Beauty. Der ist so pink-grün. Und die Farbe Chromazing. Den würde ich als so lila-grün beschreiben. Genau. Ich habe noch keine Erfahrung mit Duo-Chrome-Lidschatten. Ich habe zwar schon einen von Beauty Bay und einen von Glam Shop. Die habe ich aber noch nicht getestet. Und ich wollte eben so ein kleines Duo-Chrome-Lidschatten-Video dann im Vergleich mal noch machen mit Liesel und Natascha Denona. Falls ich die noch kriege, da muss ich aber dann noch mal schauen. Einfach damit wir High-End gegen Drogerie mal so ein bisschen antreten lassen können. Aber heute teste ich auf jeden Fall erstmal die von Essence. Manchmal fehlen mir irgendwie die Worte. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die funktionieren. Bevor wir die jetzt aber testen, so ein kleines Update zur Foundation. Ich filme jetzt mittlerweile seit einer halben Stunde. Das Prickeln ist auch relativ schnell wieder verschwunden. Also vielleicht war das einfach anfangs so, weil meine Haut vielleicht gerade ein bisschen sensibel ist. An sich liegt sie aber jetzt ganz schön auf meinem Gesicht. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich so kleine Zwischenstände mache. Ich werde jetzt keinen Full-On-Wear-Test machen, weil es draußen 30 Grad hat. Und ich froh bin, wenn ich das Make-up wieder los bin dann nachher. Und mich ein bisschen auf den Balkon setzen kann. Und die Deckkraft aber seht ihr, da hat sich nichts geändert. Also meine Pickelchen kommen immer noch durch. Es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus wie am Anfang, weil ich jetzt Pude draufgegeben habe und eben Blush. Es ist aber für mich auf jeden Fall keine Full-Coverage. Medium stimme ich zu, Full ist es aber nicht. Nur so als kleines Update nochmal zur Foundation. Gut, jetzt machen wir aber hiermit weiter. Und zwar würde ich gerne auf ein Auge die Farbe Chromacing geben. Und auf das andere gehe ich mit Oh My Chrome. Und den benutze ich jetzt halt heute nicht. Swatch euch die aber natürlich auf jeden Fall noch auf der Hand gleich. Ich starte jetzt einfach mal mit Chromacing, der Farbe 05. Ihr habt hier so einen Applikator. Und ich bin jetzt einfach mal so frei und gebe mir das wirklich mit dem Applikator hier aufs Auge so ein bisschen. Und nehme mir dann einen, nehmen wir mal den, einen Shader Brush. Und verteile das einfach damit so ein bisschen über das gesamte Augenlid. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wenn ich mit Liquid Shadow arbeite, dann sind es meistens die Stila Magnificent Metals. Und die sind ja jetzt nicht so extrem deckend, sondern eigentlich eher so ein Glitzer-Topper, würde ich jetzt sagen. Ich gebe mal nochmal ein bisschen hier was drauf, weil ich es hier ein bisschen fleckig finde. Was aber vielleicht auch an dem Duo Chrome liegt, dass es so aussieht. Ich bringe das dann wirklich bis hier hoch zur Lidfalte, damit wir hier nachher eben nicht so ein Absetzen haben. Ihr seht aber hier, dass es da irgendwie fleckig ist. Also da kriege ich es nicht so ganz, dass es auf dem Auge bleibt. Ich nehme es mir mal jetzt direkt auf den Pinsel so ein bisschen auf und tupfe das wirklich nochmal an die Stelle hier. Ja, also ich habe hier wie gesagt eine Stelle. Vielleicht ist es auch der Duo Chrome Effekt, der hier so ein bisschen komisch aussieht. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass es so grün-blau changiert. Ich kann es euch jetzt so schlecht zeigen. Ich hoffe, man sieht es jetzt mit so den Augen besser. Aber hier ist auf jeden Fall eine Stelle, bei der es für mich aussieht, als ob es nicht richtig hält. Okay, dann nehmen wir Oh My Chrome. Das ist der blau-lila Ton und den trage ich jetzt auch mal wieder hier erst mal so ein bisschen auf. Und dann blende ich das mit dem Pinsel aus. Ich habe den gerade ein bisschen gesäubert und gehe damit hier mal drüber so ein bisschen tupfend. Weil ich natürlich will, dass es so deckend wie möglich natürlich ist. Nehmen wir mit dem Pinsel auch nochmal was auf und gehe hier drüber. Ich hoffe wirklich, dass man so den Duo Chrome Effekt in der Kamera auch sieht. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Okay, das ist dann der fertige Look. Ich habe jetzt noch Wimperntusche draufgegeben. Und hier habt ihr eben noch die Swatches. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu zeigen. Also hier habt ihr eben grün-lila. Man sieht es jetzt nicht so gut, glaube ich, oder? Ein bisschen. Also das ist die Farbe. Jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Chromazing. Dann Oh My Chrome und Chrome Over Beauty. Ja, also das Negative ist, sie trocknen extrem schnell auf dem Auge. Ihr habt also nicht viel Zeit, damit eben zu arbeiten, sie auszublenden. Dann wird es auch so ein bisschen patchy, finde ich, was man sieht. Der blaue ist sehr patchy. Also mit dem hat sich nicht so gut arbeiten lassen. Der grüne war okay. Der schönste war jetzt der hier, mit dem ich jetzt nicht auf dem Auge gearbeitet habe. Aber einfach vom... Schade, dass man das so nicht richtig sieht. Einfach vom Swatchen hat er am besten mit sich arbeiten lassen. Die Produkte sind auch nicht so extrem gut pigmentiert. Also ich bin jetzt hier schon zwei, dreimal drüber. Und ihr seht trotzdem, dass sie so ein bisschen streaky sind. Ja. Ich finde sie in Ordnung. Ich muss aber auf jeden Fall noch andere Duochrome-Produkte ausprobieren. Einfach um euch sagen zu können, dann auch, ob die gut sind oder nicht im Vergleich zu anderen. Aber ich bin jetzt kein so ein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sie einfach zu schnell trocknend finde. Und sie sind auch patchy. Also ihr habt keine so eine richtig schöne, ebenmäßige Farbe auf dem Auge. Ist jetzt keine Empfehlung von mir. In dem Video hatten wir jetzt zwei Produkte, die super funktioniert haben. Das waren einmal der Blursch von Mitchell und der Blush von Dominic Cosmetics. Cosmetics? Dominic Cosmetics. Und zwei Produkte, die nicht gut funktioniert haben. Die Morphe Foundation und eben diese Essence-Produkte. Also 50-50 in diesem Video. Ich finde sie nicht schlecht, wie gesagt, aber sie hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ich hatte jetzt von diesen Duochrome-Dingern einfach mehr erwartet, dass sie mehr opik sind. Ihr seht sie viel mehr. Sie lassen sich schöner ausblenden auch, weil die sind echt schnell angetrocknet. Ja, sie wowen mich einfach nicht, um es mal so zu sagen. Wie fandet ihr denn die Produkte? Hat euch davon was angesprochen? Oder sagt ihr, es ist jetzt nichts dabei, was mich so richtig excited? Lasst mich das gerne in meinen Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!